Dieses Jahr ist wieder extrem spannend. Es ist wie eine Familie. Es ist ja wirklich das x-fachte Fondsforum. Man sieht immer wieder neue Gesichter, aber auch sehr viele alte. Man kann sich gut austauschen und wird vor allen Dingen offen gesprochen. Wir haben momentan eine massive Krise in der Branche, wie gesagt auch Baubranche. Aber es gibt wieder, man sieht ja Licht am Ende des Tunnels. Die Inflation hilft uns ja allen. Die muss halt wieder in die Köpfe rein. Und ja, es ist wie ein Familietreffen. Vielen Dank.